Wir haben aktuell eine unglaubliche Energieverdichtung und das sorgt dafür, dass bei uns natürlich die Prozesse an die Oberfläche gedrückt werden. Und das ist ganz schön heftig und das geht jetzt letztendlich schon die ganze vergangene Woche so. Natürlich war es auch schon vorher, das geht ja schon eine riesenlange Weile so, aber wir sind gerade in so einer absoluten, ja, tiefen Verdichtungsphase, Höhepunktphase, was Prozesse anbelangt. Und da kann es natürlich sein, dass du richtig krass beschleudert wirst. Und ich sage direkt fairerweise dazu, diese Podcast-Folge heute ist nicht für diejenigen, die sagen, oh, mir geht es so total gut und ich könnte den ganzen Tag in Fröhlichkeit und Sonnenschein baden. Denn wir haben zurzeit in unserer Aufstiegswelle eine sehr, sehr krasse, positive Chance drin für all diejenigen, denen es gerade nicht so gut geht. Für all diejenigen, die gerade heftigste Blockaden in sich spüren, wo sie merken, oh, eigentlich habe ich die schon mehr oder weniger mein Leben lang und ich werde die gerade nicht los. Denn wir haben jetzt durch diese Energieverdichtung die Chance, hier, ich sage mal so, die spirituelle Brechstange, das spirituelle Brecheisen anzusetzen und hier wirklich etwas auszuhebeln. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, was hier gerade passiert. Ich bin gespannt, wie du das findest. Ich finde es richtig knackig. Macht Spaß, wenn man es einmal verstanden hat, worum es eigentlich geht. Und das möchte ich hier mit dir in dieser Podcast-Folge heute aufschlüsseln. Herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, seit über 20 Jahren bin ich spirituelle Mentorin, bin die Autorin des Buches Bewusstsein Next Level, also super zu empfehlen für den Aufstiegsprozess, für deinen Aufstiegsprozess, habe ich dir im Text verlinkt. Und ich bin auch die Begründerin der Seinspotenzial-Methode. Was das ist und wie dir das helfen kann, das erfährst du unter dem Link auch in den Shownotes, denn dort lade ich dich ein zu unserer nächsten kostenfreien Live-Show. Bring am besten direkt dein größtes Problem mit, denn dann arbeiten wir auch daran, das Ganze kostenlos und unverbindlich mit ganz viel Freude, Spaß, also auf gar keinen Fall ein 0815-Webinar, sondern richtig Rock'n'Roll, positive Veränderung in deinem Leben. So, los geht's. Positive Veränderung in deinem Leben, das soll hier heute unser Stichwort sein, denn es kann sein, dass du gerade echt merkst, ich komme an die Grenzen meines mangelnden Selbstwertgefühles. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, du möchtest am liebsten alles mal hinschmeißen und für drei, sechs, acht Monate mal so gar nichts mehr tun und dich selber zu finden. Es kann sein, dass du spürst, dass du massiv überfordert bist oder eine immense Traurigkeitswelle dich erfasst, mit Grund oder vielleicht sogar ohne Grund. Es kann sein, dass Themen aus der Vergangenheit hochpoppen. Es kann sein, dass du mächtig herausgefordert wirst, wie zum Beispiel jemand versucht, dich zu manipulieren oder zu erpressen oder in irgendeiner Form zu gängeln und du spürst einfach, wow, was jetzt? Lieber Gott, was mache ich jetzt genau richtig? Es kann sein, dass du spürst, dass du an die Grenzen deiner spirituellen Konzepte stößt oder andersrum, dass du spürst, dass deine spirituellen Konzepte dich begrenzen, also dass du damit in Berührung kommst. Ich glaube, ich habe noch eine ganze Menge vergessen, wir reden gerne auch über Liebeskummer, wir reden auch super gerne, dass du merkst, hier geht es auch gerade finanziell irgendwie ordentlich ans Eingemachte, also eigentlich überall, wo es ans Eingemachte geht, körperlich auch. Auch das natürlich ganz klar, Erkenntnisse, die auf zwischenmenschlicher Ebene auch resonieren, also eigentlich das volle Programm, breit gefächert, so richtig schön holy, es geht nämlich um ganzheitliches und holy letztendlich eben Heilung und zwar Heilung genau dort, wo es bei dir noch nicht geheilt ist, also welche Blockade ist bei dir noch nicht geheilt? Du kannst es ja mal, bevor du den Podcast hier zu Ende gehört hast, kannst es ja mal in die Kommentare packen, was glaubst du, welche Blockade darf bei dir noch geheilt werden? Ja, und was passiert hier jetzt gerade? Du wirst letztendlich konfrontiert mit dem, wo es dir am meisten schwerfällt, anders zu handeln, anders zu reagieren, eine andere Sichtweise, eine andere Fühlweise einzunehmen als bisher. Es geht also wirklich ganz klar, dass du jetzt neue Pfade beschreitest, Pfade, vor denen du dich bisher gedrückt hast, weil sie einfach nicht in dein Glaubenssystem, in dein Konzept gepasst haben, in das, was dir beigebracht wurde, weil es sich außerhalb deiner gefühlten Wohlfühlgrenze befunden hat, dass du diese Wege jetzt einschlägst. Wenn du zum Beispiel dich unglaublich schwer tust, Nein zu sagen und dich abzugrenzen, dann wirst du eine Urwunde haben, die in der Kindheit entstanden ist, die resultiert hat, aufgrund von, dass man dich nicht gesehen hat, dir Schuldgefühle eingeredet hat, deine Bedürfnisse nicht erkannt hat. Und du dich einfach, um zu überleben und den Schmerz der Ablehnung nicht zu fühlen, hast du gelernt, dich anzupassen. Du hast gelernt, anderen nicht zu widersprechen, andere nicht zu verletzen. Und du hast sehr früh gelernt, dass deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Meinungen andere verletzen können. Was natürlich Quatsch ist, heute weißt du es selbst, aber du wirst diese Blockade einfach nicht los. Dann kann es also zum Beispiel sein, dass dir jetzt zurzeit eine Lebenssituation begegnet, vielleicht auch ein Mensch begegnet, der dich förmlich dazu herausfordert, zu einem Menschen zu werden, wo du dich immer vorgescheut hast. Ja, also richtig knallhart durchzuziehen, obwohl derjenige dich darum bittet, es nicht zu tun, vielleicht auch noch hochgradig manipulativ ist, Leidensszenario auffährt, nur um dich dazu zu zwingen, dass du dich und deine Bedürfnisse zurücknimmst, und ja, letztendlich so spielst, wie er das gerne möchte. Ja, es kann sein, dass du einfach merkst, Mensch, nehmen wir das Beispiel mit der finanziellen Blockade, weil wir das auch vorhin hatten, wo du einfach merkst, es geht nichts mehr, es tut sich nichts mehr und du hast das Gefühl, du bist komplett auf dem falschen Weg oder du merkst eben auch beruflich, das funktioniert alles so nicht mehr und du spürst einfach, am liebsten würdest du alles hinschmeißen, aber letztendlich geht es hier nicht um Aufgeben, sondern es geht darum, werde zu dem, der du werden wolltest, ja, werde mutiger, werde selbstbewusster, geh nach vorne statt zurück. Und das kann ich jetzt eigentlich letztendlich in allen Blockadenthemen sagen. Es geht nicht darum, zieh dich wieder zurück, ja, gib wieder klein bei, pass dich wieder an, geh wieder den unteren Weg oder verschließe dein Herz und zieh dich zurück in das Schneckenhaus. Nein, wir reden hier von der spirituellen Brechstange, von dem spirituellen Brecheisen. Geh da durch, komm in deine wahre Größe und lass einfach mal alle spirituellen Konzepte los, denn ich muss einfach mal auch wirklich als spirituelle Mentorin sagen, die spirituellen Konzepte, die sind eine absolute Seuche, ja, denn sie verhindern, dass wir erst einmal in unsere Kraft kommen. Wenn wir dann in unserer Kraft sind, wenn wir unsere Blockaden gelöst haben, wenn wir selbst ermächtigt sind, denn Spiritualität heißt ja in allererster Linie erst einmal, die Gabe, sich selber führen zu können, ja. Wenn uns das gelungen ist, dann können die spirituellen, eben häufig sehr hochtrabenden, im Sinne von hochwertigen Konzepten, edlen Ausrichtungen, dann können die überhaupt auch erst greifen. Wenn man das zu früh ansetzt, dann sind sie meistens Verhinderer von Lösungen, von Wachstum etc. Also egal, ob du es gerade auf der emotionalen, auf der geistigen, mentalen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen, freundschaftlichen, partnerschaftlichen eben hast, wenn ich was vergessen habe, ergänze es bitte selbst in dir. Es geht jetzt darum, dass du durchziehst, ja, und dass du dich von nichts und niemandem da aufhalten lässt, schon gar nicht von deinen eigenen Selbstzweifeln und vielleicht auch Zögerlichkeiten und Bedenken, ja. Es geht definitiv raus aus der Komfortzone und das wird jetzt unfassbar vielen so gehen, denn darüber werden jetzt Blockaden gelöst. Also ich kann dir das von einem ganz einfachen Beispiel von mir selber nennen, könnte jetzt auch Kundenbeispiele ranziehen, aber ich mache es gerne von mir selbst. Ich habe gerade eine Person in meinem Leben, die mich wirklich über die Opferschiene, ja, also was ist die Opferschiene, das arme Ich, wirklich bis zur Weißglut reizt und mich dazu bringen möchte, so zu ticken, wie sie das gerne hätte. Und mir fällt das unglaublich schwer, hart durchzuziehen, weil ich bin ja alles andere als ein Unmensch. Wer mich kennt, der weiß das. Wer mich kennt, weiß, ich kann auch durchziehen, aber in diesem Punkt fällt mir das einfach unglaublich schwer. Hat einfach damit zu tun, dass ich als kleines Kind schon gelernt habe, mich anzupassen und wie ein Seismograph auszurichten auf die Bedürfnisse der anderen, auf die Launen der anderen, ja, mit zwei narzisstischen Eltern, war das einfach mein absolutes Überlebensmuster, ja. Und mit meinem Selbstbewusstsein und meinem Selbstwert war es Jahrzehnte, eigentlich bis ich meine Seinspotenziale kennengelernt habe, nochmal meine Einladung zu unserer kostenfreien Live-Show, also bis ich meine Seinspotenziale kennengelernt habe, war mein Selbstbewusstsein also absolut im Keller und jeder, der dachte, boah, die ist aber ganz schön selbstbewusst, ist auf mein absolutes Fake-Sein reingefallen, denn ich war alles andere als selbstbewusst. Ich konnte manchmal so tun, aber gewesen bin ich es nicht. Und ja, und diese Thematik, andere Menschen unglaublich ungerne vor den Kopf zu stoßen oder zu glauben, wenn ich zu mir stehe, verletze ich andere, die ist mir in den Fällen immer noch anhaftend, wenn es dabei um Menschen geht, die mir auch selbst viel Gutes getan haben, ja. Und da bin ich auch super tolerant, ich muss auch nicht immer meinen Kopf durchsetzen, aber in diesem Falle jetzt hält da gerade jemand für her, damit ich erkenne, dass ich da letztendlich auch noch was aufzuräumen habe in mir selbst, denn hier werden massiv Grenzen überschritten, Geschichten verzerrt und Szenarien aufgebaut inklusive, also massiver Manipulationen und Erpressungen, ja. Eben auch so Dinge wie, boah, ich kann damit nicht leben, ich will damit nicht leben, mein Schicksal liegt in deinen Händen und so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da reicht es dann auch und da erkenne selbst ich spätestens da, Moment mal, eben, hier stimmt doch irgendwas nicht, ja. Es ist doch eine Geschichte, die hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun und ich soll jetzt hier irgendwie in die Spresche springen und diese Geschichte zu meiner machen und dann noch mit dem Argument, weil sonst gehe ich von diesem Leben, und da muss ich ganz ehrlich sagen, fängt so langsam auch meine eigene Wut an, weil ich einfach sage, so, hey, stopp, ja, mach mir bitte kein Scheißgefühl, weil du dein Leben nicht im Griff hast und da sage ich eben einfach, stopp. Und warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das nicht, weil das so, weil das jetzt so meine Geschichte ist. Nee, nee, ich erzähle dir das, weil diese Energie gerade so massiv im Feld ist. Alle, die mit toxischen Beziehungen zu tun haben oder aber eben, ja, mit schwierigen Menschen im Leben zu tun haben, Menschen, die zum Beispiel auch am Arbeitsplatz oder auch cholerische Menschen, also Menschen, die schon mal leicht in so eine Toxität verfallen, die werden, also Menschen, die damit zu tun haben, die werden da jetzt mir auch recht geben, dass wir gerade wieder so ganz massiv so eine Energie haben, wo genau solche Menschen jetzt gerade wieder so ihr komplettes Register ausfahren. Und da brauchen wir jetzt gar nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, denn wir können diesen Menschen oder aber auch diesen Situationen sehr, sehr dankbar sein, weil, kommen wir nochmal wieder zurück, worum geht es hier eigentlich wirklich? Es geht ja um Heilung, ja. Das heißt also, für dich ist einfach nur, wenn du betroffen bist von irgendeinem Feld in dieser Form oder etwas Ähnliches, schreib es gerne in die Kommentare, Denk immer dran, das lesen dann auch andere, ja. Aber wenn es dir angenehm ist, schreib mir mal gerne deine Geschichte in die Kommentare. Ich weiß, das tut euch echt immer gut, wenn ihr euch da gegenseitig austauscht, weil hier ist gerade wieder so ein richtiger, ich hätte fast gesagt Bezlebub am Berg, ja. Also so eine teuflische Energie, die wirklich dich auf Herz und Nieren prüft, bist du bereit, den nächsten spirituellen Wachstumsschritt zu machen. Wenn ja, dann wird die spirituelle Brechstange, das spirituelle Brecheisen angesetzt und dann, und das ist das Spannende, dir wird überhaupt nichts getan. Und dann, du selber brichst dann die Blockade auf, weil du einmal etwas komplett anders machst als sonst, ja. Kommen wir wieder zu meinem Beispiel. Ich bin schon mal leicht diejenige, die für alles Verständnis hat und alle Zusammenhänge erfasst und die dann auch mit Fug und Recht sagen kann, okay, ich helfe dir jetzt, meine Bedürfnisse sind nicht ganz so wichtig, wir gucken mal auf dich. Und hier heißt es jetzt einfach einmal, nein, klär deinen Scheiß alleine, mit dem habe ich so gar nichts zu tun, ganz im Gegenteil, du schadest mir damit und willst mich jetzt noch erpressen, dass ich dafür noch Verständnis habe und, ja, den Kram sozusagen auf mich nehme und gucke, wie ich dann damit leben soll, ja. So, ein bisschen extremes Beispiel, mehr sage ich da auch nicht, aber ich denke mal, all diejenigen, die davon betroffen sind, merken das bei sich im eigenen Leben gerade auch, jo, die Beispiele sind gerade ziemlich extrem und es beutelt uns eben auch ganz stark emotional. Emotional ist das nächste Stichwort, guck einfach, wie fühlst du dich denn letztendlich. Guck, dass du dich immer wieder von der Story, um die es da geht, löst, weil sie ist ja letztendlich nur ein Auslöser. Man könnte auch sagen, ein Wegweiser. Ein Wegweiser, der einfach sagt, da geht es lang, da musst du hingucken. Und es bringt also nichts, den Wegweiser abzubauen, ja, sondern man sollte einfach mal hingucken, wo zeig ich dir denn hin. Und da wirst du so in dir spüren, wird irgendwas in deinem Körper resonieren, wirst du irgendwo vielleicht Schmerzen, Traurigkeit, Angst, whatever verspüren, ja. Geh den Gefühlen auf den Grund und muss auch nicht direkt den großen Besen rausholen und die wegkehren, ja, sondern vielleicht schenkst du dir letztendlich mal einfach Zeit, dich hinzusetzen und mit dem Gefühl, was du da fühlst, einfach mal gemeinsam zu sein, ja. Vielleicht erlaubst du dir einfach mal mit, egal was du da gerade fühlst, dass du dich damit in Ordnung fühlst und dass du dich damit nicht mehr ablehnst und dass du einfach mal auch dir beistehst, ja. Dich mal selber nicht mehr alleine lässt, ja. Denn normalerweise lassen wir uns, wenn wir uns schlecht fühlen, sofort stehen und liegen, wollen alles weg haben, lenken uns entweder ab oder tun alles dafür, dass wir uns bloß nicht mehr so fühlen. Was ist das denn im Kern? Im Kern ist das, so wie du bist, finde ich dich aber total kacke mit dir, will ich aber nichts zu tun haben, ja. So gehen wir mit uns normalerweise um. Und deswegen kriegen wir auch unsere Blockaden nicht gelöst, denn wenn wir uns von uns abwenden, ja, wie sollen wir denn dann die Blockade lösen? Da können wir noch so viel Energiearbeit machen, noch so viel affirmieren oder Sonstiges tun. Wenn wir nicht zu uns stehen, tut sich da nämlich gar nichts, ja. So, jetzt weißt du auch, warum es vielleicht bis hierher noch nicht geklappt hat. Ist ja kein Problem. Jetzt weißt du es ja besser. Jetzt kannst du es anders angehen. Und keine Angst vor all denen da draußen, die sich dir gerade in den Weg stellen. Sie tun es unbewusst, aber sie tun es aus Liebe auf einer höheren Ebene, damit du für dich erkennst, wo du hingucken kannst. Also, niemand braucht erschossen werden. Er ist letztendlich nur der Wegweiser, wo es bei dir drum geht. Ich hoffe, die Folge hat dir was gegeben. Ich hoffe, das war schlüssig für dich. Ich hoffe, sie hat dich auch motiviert, ja, denn so dramatisch ist, wie du siehst, das Ganze gar nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Und ich freue mich richtig doll auf deinen Kommentar. Ich freue mich, wenn du mir auch bei Instagram folgst. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du zu unserer kostenfreien Live-Show kommst. Denk dran, rechts das Problem, links das Problem. Kannst du auf jeden Fall mitbringen. Wir haben jede Menge Kapazität, doch einigen von euch da live helfen zu können. Was bleibt denn sonst noch zu sagen? In Liebe, das Allerschönste für dich, deine Schwester im Geiste, deine Linda.